Musik Einen wunderschönen guten Abend, willkommen zu einer neuen Runde Tarn of Salem Ringed. Wir sind unterwegs als Arsonist, na super. Direkt schon wieder Spaß vorbei, wir sind D.B. Russell aus CSI Las Vegas, ich muss gerade überlegen, mal aufpassen, CSI NCIS, gefährlich. Buchstaben, Reihenfolgen sind kompliziert. Ja, als Arsens unterwegs sein ist natürlich dumm, weiß jeder, kennt man ja, macht keinen Spaß, ich werde im Notfall Bodyguard Claim, weil Gedauß Claim ist halt dumm, finde ich. Oh, angeblich gibt es wohl Vampire. Bella labert Bullshit. Ich könnte jetzt drauf gehen, um einen Bodyguard zu claimen. Dann dürfte es aber keinen Bodyguard geben. Naja, will ich nicht. Wenn das so läuft, dann habe ich eh keine Chance. Ich werde immer noch versuchen zu argumentieren, ich gehe da nicht hin, das könnte ein Wetbait sein. Ein dummer. Ich habe schon genug gesehen, die sowas machen. Zumindest mit TP oder Lookout auf mich. Nicht, ob ich jetzt gegenseitig zu Confirmen, aber trotzdem. Kein Kill. Zweimal transportiert und kontrolliert worden. Kicker wurde auch transportiert. Mafia hat Doug Douglas besucht. Einmal. Und er ist angeblich Survivor. Wir wissen, er ist nicht neutral killing. Und wir haben ein Ende Counterclaim. Oha. Okay, lasst uns Doug killen. Jetzt wird natürlich Doug hochgewählt. Er ist wahrscheinlich wirklich Survivor oder Executioner. Oder der Spy lügt einfach. Was auch cool ist, weil du kannst keinen Spy-Test mehr machen. Wir wählen mit. Aufgegeben ist das Ganze von Anfang an, wenn ich dieses Orangene etwas da sehe. Okay. Amni ist probably Witch. Möglich. Wäre aber halt nicht in der selben Region. Also wenn er untersucht wird und da steht dann neben Survivor Witch Vampire Hunter Gedöns. Gefährlich. Es kann auch kein Jester sein, wenn er attackiert wurde. Von daher kann man ihn einfach killen. If he is Survivor, I'm remembering a survivor to prove me. Just let me one night. This is NK, sagt Bella. Wir haben Smooth erst mal gedaußt. Das sollten wir uns vielleicht noch merken, dass wir uns hier reinschreiben. Smooth. 10 soll Retri sein. Attack 10. Buy Witch. Ja, die Witch ist einmal immun seit dem Update. Wäre so theoretisch möglich, dass es echt die Hexe ist. Es ist sogar die Hexe. Wow. Ist nämlich eine neue Fähigkeit, dass sie beim ersten Angriff eine Basic Defense hat. Pech für sie. Sehr dumm gelaufen für sie. Und dann gehen wir jetzt John Dewey. Und angeblich werden wir geheilt haben Dr. Fungal Toast. Ich finde den Namen cool. Da muss man angeblich gewesen sein. Bei der Person. Oh, ich stimme ein bisschen hier auf dem Ranked Account. Da kann ich wieder ein bisschen rumtaunten. Habe ich vergessen. Ich glaube, dass ich wieder einen Drop habe. Ich habe heute drei Forge Scrolls bekommen. Sehr hilfreich auf diesem Account, weil wir den spiele ich ja nur Ranked. Aber okay. Kann ich alles haben. So, John Dewey ist nun auch gedost. Ich glaube, ich schreibe lieber mit Zahlen hin. Das kommt ein bisschen besser. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und der andere war einer hier drüben. Fünfzehn, vierzehn, dreizehn, zwölf, elf, zehn. So. Nummer fünf und Nummer zehn. Der Doktor ist tot. Schade. Jetzt ist mein Bodyguard-Claim wieder gefährlicher geworden. Das Problem ist aber auch, wenn ich jetzt so etwas wie Sheriff oder so mache, bist du eigentlich auch sehr, sehr schnell tot. Samurai Receiver, Not Suspicious. Noch zwei. Doktor Arcula, Not Suspicious. Und Transporter spielt ja auch noch mit. Mit Cilanti hat Random erschossen. Wow. Sensationell. Schießt Random rum. Drifting. Forger. Das ist so lächerlich. Good shot. Fordere doch sowas nicht heraus. Feuer ihn doch nicht für so einen Schwachsinn. Der hat nichts gemacht, dass er erschossen werden sollte. So ein Bullshit. I will shoot 13 tonight. So Vortkin ist also der Ding. Kicker ist Jailer. Seven claimed wet. Kann immer noch wet sein. Das ist halt so ein Unfug. Das läuft wieder so beschissen. Der Vort ist halt trotzdem dumm. Ganz ehrlich, das ist so dumm. Wenn er echt Veteran ist, einfach alerten. Aber jetzt halt mit diesem Mast-on-Jailer, Kill-Jailer. Hier ist Easy Guilty. Ja, das hat keine Möglichkeit. Ich habe sowieso keine Chance. Das ist so ärgerlich. Mit zwei Transportern. Random schießenden Vigilanti, der gefeiert wird, weil er durch Zufall einen trifft. Zwei Transporter. Die mit ihrem... Die hier, die irgendwas rumspielt. Am Ende ist sie wahrscheinlich böse. Der Jailer hat sich bewiedet mit Kicker. Ich glaube, ich werde auch gar nicht mehr großartig claimen. Ich werde den Sheriff Willen abgeben. Wenn ich gefragt werde. Ähm, Doktor, Fungal, Toast. Not Suspicious. Accurate. Heißt das accurate so? Bin mir nicht sicher. Wahrscheinlich nur mit einem C. Kann ich mir gut vorstellen. Nur mit Doppel-C. Können beides sein. Jawoll. Jetzt wurde ich Venom angeschossen. Wurde transportiert. Weltklasse. Und der Rethi ist noch da. Ja, das Ding ist halt sowas von am Arsch. Und noch ein Amnesia, der zum Ding wird. Wie geil. Wie gut ist das denn? Ich brauche da gar nichts mehr machen. Das Ding ist gelaufen. Sie kennen alles. Können wir aufgeben. Da braucht man nichts claimen und nichts. Ich werde nichts mehr claimen. Keine Chance. Das kann man hier alles löschen. Mit Cilanti einfach nur wild am Rumballern. Wahrscheinlich ist er mit irgendeinem von denen noch am Labern gewesen. Keine Ahnung. Das ist mir so egal. Jailer wird sowieso dauerhaft exekutieren. Es gibt keine Möglichkeit irgendwas zu claimen. Es gibt ein Rethi, zwei Transporter. Damit ist Random Town raus. Ich müsste halt jetzt Any Bodyguard oder sowas claimen. Sheriff claim ist schwachsinnig mit dem Sheriff. Mit dem Spy. Hundertprozentig ist halt auch Bella. Town Investigative. Deswegen dreht sie so dumm auf. Der Jailer hat sich wie wild. Kann er machen mit zwei Transportern. Ist irrelevant. Das Ding ist halt sowas von wurscht. Das ist so ein Bullshit-Spiel gewesen. Ganz ehrlich. Mea noch. Das ist Any. Keine Claremöglichkeit mehr. Sie kennen halt alle. Sie kennen jede Rolle. Es ist so lächerlich. Das ist Mea, Transporter, Transporter. Nehmen wir nochmal der Rethi. Wer hat als erstes gewispert. Plumpkin, genau. Ja, weißt du. Es ist halt keine Chance. Keine Möglichkeit. Ach, no, sagt er. Ich reporte ihn noch für random rumgeschieße. Weil es einfach random ist. Mehr ist es nicht. Random Shooting Retard. Just lucky as fuck. Mehr ist es nicht. So dumm. Das ist so eine beschissene Rolle. Eigentlich könnte man da so ein Befehl machen, dass er instant Schluss macht. Ich will jetzt nicht lieben. Muss mir jetzt diesen Schwachsinn noch antun. Aber da hast du keine Chance als Bösewicht. Soll man da bitte großartig machen. Lucky Vigilanti, ja. So zum Kotzen. Und dann so eine Kombination, wo du keine Chance hast, was zu claimen. Weil jeder confirmed war. Es ist so lächerlich. Guckt dir das doch mal an. Was willst du da machen? Unglaublich. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wahrscheinlich hattet ihr es. Bis zum nächsten Mal. Tschau, Leute.